Ja, wo wir diese Treppen wohl hingehören, vielleicht zu dem Haus, wo wir jetzt sind, weil eigentlich ist hier soweit nichts, nur Wald und nächste Straße ist auch ewig weit weg, einen Sendeturm haben wir hier, meine Damen und Herren, einen Sendeturm, aber der wohl nicht zum Haus gehören, aber erstmal guten Morgen, meine lieben Urbecksfreunde, hier ist wieder euer Lost Place Hospitant, zusammen, wie immer, auf Tour im Pott diesmal. Und zwar mit Team Urbecks Discovery, einen wunderschönen guten Morgen, nach unten, wo ist er denn, ganz weit unten, genau, da ist er doch, genau, guten Morgen, er winkt, ja, und da haben wir noch einen Gast dabei, und zwar Elisabeth, einen wunderschönen guten Morgen, ja, sie wollte schon immer mal mitkommen, jetzt hat es endlich geklappt, hoffentlich hat sie sie auch herzlich willkommen, und dann sehen wir uns heute das Haus des Jägers an, nachher kommt noch eine verlassene Schule, da sind wir auch schon ganz gespannt, dann erstmal viel Spaß mit dem Video, attack auf geht! Bis zum nächsten Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020